Das Wort Taqlid bedeutet, dass man die Aussage von jemand anderem nimmt, ohne den Beweis zu kennen. Und zu Taqlid, du hast gesagt, dass Taqlid nur legitim ist für denjenigen, der unfähig ist. Was ist damit gemeint? Also derjenige, der zum Beispiel jetzt nicht zu der Kenntnis kommen kann von Wissen, nach Koran und nach Sunnah. Und das ist ein Gebiet, wo eine Fatwa gebraucht wird. Dann muss er Taqlid machen.